Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Du hast sicher schon mal Bilder gemacht, wenn die Lichtverhältnisse nicht so entsprechend waren und die Kamera hat den ISO-Wert dann sehr hoch gedreht oder du selber musstest ihn höher drehen, um einfach noch ein ordentlich belichtetes Foto zu bekommen. Und jetzt ist das Problem dabei, die Bilder sind dann immer sehr verrauscht. Und was man dagegen tun kann, ist mit einer Software dagegen anzuarbeiten. Eine Möglichkeit ist hier das Erweiterungsmodul, was Skylum bei Lumina Neo jetzt dazu gegeben hat, beziehungsweise dazu verkauft. Und wie das funktioniert und wie das Ergebnis ist, das zeige ich dir jetzt hier in diesem Video. Und am Ende des Videos, da habe ich für dich auch noch einen Vergleich von Ergebnissen im Rauschunterdrücken von zum einen natürlich Lumina Neo, Lightroom, Affinity Photo und die neue AI von Topaz Labs. Weil man das natürlich hier auf dem Video manchmal so schlecht erkennen kann und ich möchte, dass du dir vielleicht ein eigenes Bild davon machen kannst, habe ich in der Beschreibung einen Download-Link mit reingepackt. Da kannst du dir die einzelnen Ergebnisse der Entrausch-Vorgänge dann mal anschauen. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß und wir schauen uns jetzt erstmal an, wie das bei Lumina Neo funktioniert. Ich habe jetzt hier als Beispiel dieses Bild gewählt von Blumen im Balkonkasten und das ist eine Aufnahme, die ist mit 3200 ISO gemacht worden mit meiner Sony Kamera und das ist die RAW-Datei aus der Kamera. Und jetzt versuchen wir die mal entsprechend zu bearbeiten und zu entrauschen. Gehen wir erstmal auf Bearbeiten. Zoomen mal ein bisschen in das Bild rein und dann sieht man auch schon, wie verrauscht das Bild ist. So, rauschfrei ist hier unter Erweiterungen. Klicken wir mal drauf und jetzt bietet einem die Software hier unterschiedliche Möglichkeiten an. Nur je nachdem, wie sie meint, was am besten wäre. Also von niedrig, mittel über hoch. Und dann machen wir erstmal hier das, was die Software sagt. Gehen mal auf Mittel. Das Ganze dauert jetzt ein wenig. Ja, das Ganze hat natürlich jetzt viel länger gedauert. Ich habe das gekürzt. Übrigens hier sieht man auch rauschfrei RAW. Das steht immer dahinter, wenn es sich um eine RAW-Datei handelt. Wenn man eine andere Datei entrauschen möchte, dann steht der AI dahinter. So, jetzt wollen wir mal gucken, was das Mittel denn gebracht hat. So sah es vorher aus. So jetzt. Man sieht es also ganz gut hier in den Bereichen der Blätter und dem Grün. So richtig gefallen tut es mir noch nicht. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir auf Hoch wechseln. Wenn man sich das jetzt anschaut, vorher, nachher, ist das schon viel besser. Wir sind ja jetzt auch natürlich in einer sehr reingezoomten Vergrößerung. Wenn wir mal auf Bildschirm anpassen und dann gucken wir uns hier mal den Unterschied an. Vorher, nachher. Also wenn man genau hier in diesem Bereich schaut, dann sieht man schon einen guten Unterschied. Jetzt hat man hier noch die Möglichkeit, das Ganze unabhängig von den Voreinstellungen, die unter Niedrig, Mittel und Hoch sind, nochmal ein bisschen anzupassen. Gucken wir mal, ob da noch was rauszuholen ist. Ich muss gestehen, ich weiß es ehrlich gesagt selber gar nicht genau. Das Ganze machen wir wieder mit einer hundertprozentigen Ansicht. Dann schauen wir mal. Wenn ich jetzt hier Luminanz entrauschen, was höher drehe, was denn dann passiert? Das Ganze passiert immer mit ein bisschen Verzögerung, weil der Rechner ja noch ein bisschen arbeiten muss. Ich sehe aber jetzt hier ehrlich gesagt keinen Unterschied. Wahrscheinlich war ich schon bei Hochwaren. Wenn ich auf Niedrig gehe, dann sehe ich, wie mehr Rauschen dazukommt. Also kann ich das ruhig bis zum Anschlag hier machen. Hier kann ich die Details runterregeln. Oder kann die Details hochregeln. Wenn ich die Details hochregle, sehe ich, wie hier wieder sehr viel Rauschen dazukommt. Wenn ich die Details auf Null mache, wie das Rauschen weggeht. Das Bild an sich aber so ein bisschen unscharf wird. Mal schauen, ob wir mit Schärfe da noch ein bisschen regulieren können, indem wir die hochziehen. Ja, es wird etwas schärfer, aber irgendwie kommt dann auch wieder Rauschen dazu. Das ist immer der Spagat bei fast allen Entrauschungsprogrammen. Man muss immer diesen Mittelweg finden zwischen Entrauscht und vielleicht zu viel Entrauscht, wo es dann unscharf wird. Und vor allen Dingen muss man sehen, wenn man in der hundertprozentigen Auflösung ist. Wir sehen ja jetzt hier auch nur einen Bruchteil des Bildes. Entscheidend ist ja nachher, wie das komplette Bild aussieht. Und wenn man da jetzt hier mal auf Vorher-Nachher geht, dann sieht man schon einen Unterschied. Auch wenn man jetzt hier in die Blüten mal reinguckt und da auf Vorher-Nachher geht, oder sich die Blütenstängel hier unten mal anguckt, ist da schon ein ganz guter Unterschied zu erkennen. Ja, dann wollen wir uns jetzt nochmal anschauen, wie die Ergebnisse denn mit anderen Softwarelösungen ausgesehen haben. Um da mal einen Vergleich zu schaffen. Also ich finde das, was Lumina Neo hier gemacht hat, das ist schon sehr gut. Da kann man schon was mit anfangen. Vielleicht sind andere ja noch besser oder schlechter. Schauen wir mal. Ich habe jetzt einfach mal die unterschiedlichen Ergebnisse in ein Dokument von Affinity Photo geladen. Und die liegen jetzt wie so Folien übereinander. Also immer wenn ich jetzt hier in der Ebene ein Häkchen hintersetze, überlagert die obere Ebene die untere. Was wir also jetzt im Moment sehen, ist hier das Originalbild mit den 3200 ISO. Und da wechseln wir jetzt mal in eine hundertprozentige Ansicht. So. Und dann sieht man auch schon ganz gut hier das Rauschen. Jetzt klicke ich mal hier das erste an. Das ist das Lightroom-Ergebnis. Noch mal zum Vergleich. So war es vorher. So ist es nachdem Lightroom das bearbeitet hat. Wir können ja hier noch mal so ein bisschen rüber gehen. Also man sieht schon, Lightroom hat er auch ganz gut was rausbekommen. Die Ränder sind so ein bisschen unscharf, finde ich. Gucken wir mal im Gegensatz zum Original das Lumina-Ergebnis. Da sind die Ränder nicht so unscharf wie bei Lightroom. Es ist aber glaube ich auch noch ein bisschen an Rauschen übrig geblieben. Vergleichen wir mal direkt. Lumina mit Lightroom. Das Lightroom-Ergebnis stark entrauscht, aber milchig. Das Lumina-Ergebnis, da ist noch ein bisschen Rauschen drin. Aber deutlich weniger als zum Original. Dann schauen wir uns mal an Affinity-Foto. Affinity-Foto zum Original. Ist eigentlich auch ganz gut. Affinity-Foto zu Lumina im Vergleich. Finde ich hält sich so einigermaßen die Waage. Dann gucken wir mal die neue AI, was das geleistet hat. Das sieht so aus im Vergleich zum Original. Das jetzt mal verglichen zu Affinity-Foto. Finde ich, ist es auf jeden Fall besser als das, was Affinity-Foto geleistet hat. Wenn man sich jetzt hier zum Beispiel diese Blüte anguckt. Und jetzt mal im Vergleich zu Lumina. Da ist Lumina auch nicht ganz so gut, finde ich, wie die neue AI. Und im Vergleich zu Lightroom ist auf jeden Fall mehr Schärfe drin geblieben. Jetzt gucken wir uns das Ganze einfach mal in der bildschirmfüllenden Ansicht an. Weil, wie ich ja eben schon mal gesagt habe, jetzt waren wir zwar in der hundertprozentigen Ansicht, aber es guckt sich ja eigentlich niemand so detailreich die Bilder an. Und wenn man jetzt hier auf Lightroom geht, sieht das Bild schon so ganz gut aus. Lumina Neo im Vergleich dazu auch sehr gut. Ich finde es etwas schärfer als Lightroom. Affinity-Foto zum Original. Auch ganz okay, die neue AI. Auch sehr gut. Vergleichen wir nochmal Lumina Neo und die neue AI. Weil das sind so die beiden, die für meine Begriffe die beste Performance da an den Tag gelegt haben. Ja, da ist die neue AI, glaube ich, doch noch ein Ticken besser. Wobei man hier natürlich auch zu sagen muss, das ist auch ein Produkt, was doch normal etwas teurer ist als das einzelne Element als Erweiterung für Lumina Neo. Aber wie gesagt, das sind ja auch Ergebnisse, die ich erzielt habe mit meinen Einstellungen. Vielleicht habe ich da auch irgendwas falsch gemacht oder sonst was. Also ich kann euch ja nur das zeigen, was ich dabei rausbekommen habe. Ich habe es ja auch schon im Vorspann gesagt. Ich werde auch die Bilder hier zur Verfügung stellen. Da kann sich das jeder nochmal selber angucken. Download-Link ist dann in der Beschreibung. Und wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit Software fürs Entrauschen und was ihr überhaupt so vom Entrauschen haltet, schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein. Ich würde mich sehr freuen. Und verabschiede mich jetzt bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020